Hallo und herzlich willkommen bei uns bei Blumenleitner in der Marilferstraße 18. Uns gibt es an dem Standpunkt jetzt seit 1978 und wie Sie es für einen Floristen natürlich auch gehört haben wir wunderschöne handgebundene Blumensträuße oder einzelne Schnittblumen. Seid ihr keine Fans von Schnittblumen, haben wir auch Topfpflanzen für euch, ob blühend oder einfach nur eine schöne Zimmerbegrünung. Ihr findet bei uns eigentlich alles und wenn sie irgendwelche speziellen Werkstücke braucht, ob es Grenze, Gestecke oder sonstige sind, machen wir natürlich gerne an euren Geschmack angepasst. Bei uns ist jeder Kunde so individuell wie unsere Pflanzen oder Blumensträuße und es ist unser persönliches Anliegen, dass ihr genau das findet, was ihr sucht. Schaut vorbei, wir freuen uns!